Und was habe ich noch gemacht? Wir haben Feueranzünder gemacht. Wir konnten sie nachher anzünden. Also ich habe geschnitzt. An einem Boot bin ich noch dran. Und dann bin ich noch mit meiner Schwester krättern. Man kann alles machen, was man will. Und eigentlich habe ich ein Messer, eine Gabel und ein Löffel geschnitzt. Mit der Gabel spieße ich meine Würste zum Essen. Und mit dem Boot in den Fluss lasse ich es davon schwimmen. Und dann hole ich es wieder raus. Mir hat das mega viel Spass gemacht. Wir haben noch gezeichnet. Und es ist nichts mehr.